Musik Herzlich Willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe unserer Magazinsendung. Wir befinden uns mitten in der Fastenzeit. Einige Menschen verzichten in dieser Zeit bewusst auf Dinge, die sie sonst gerne genießen. Zum Beispiel Süßigkeiten, Chips und Knabbereien, Zigaretten und das Läschen Wein und Bier. Dieses Fasten beeinflusst den Stoffwechsel und hat eine positive Wirkung auf den Körper. Aber auf keinen Fall dürfen Sie fasten und verzichten beim Einschalten unserer Sendung. Denn wir haben wieder interessante Berichte für Sie. Die Kontrolle der Grünen Tonne Die Ausstellung 39 Pflanzen in der Bibel Demonstration Geseke bleibt bunt Und Dr. Carsten Linnemann in Salzkotten Das Sammeln von Küchenabfällen ist sinnvoll. Denn aus den Abfällen lässt sich hochwertiger Humus und Biogas produzieren. Doch immer wieder findet man in den Kompostwerken auch andere Fremdstoffe in der Grünen Tonne. Dann wird die Mülltrennung schon wieder sehr teuer. Darum wird die Grüne Tonne vor der Entsorgung kontrolliert. Hintergründe dazu hat mein Kollege Henry Mayer für Sie. Abfuhr grüne Tonne Es ist 9.30 Uhr, als die ersten Sammelfahrzeuge das Entsorgungszentrum Alte Schanze erreichen. Nur organische Abfälle aus Küche und Garten sollten in die grüne Tonne gegeben werden. Biomasse, die im Nieheimer Kompostwerk zu hochwertigem Dünger, Pflanzenerden und Kompost aufbereitet wird. Abfälle aus Küche und Garten sind es nicht allein, die auf dem Umschlagplatz zwischengelagert werden. Folien, Plastiktüten, Kunststoffe aller Art, Glas und Metalle kommen hinzu. Solche Stoffe stören den Kompostierungsprozess in extremer Weise. Mit großem Aufwand müssen sie entfernt und als Restmüll in der Müllverbrennungsanlage entsorgt werden. Das treibt letztlich die Müllgebühren in die Höhe. Plastiktüten, die zum Sammeln der Biomasse verwendet werden, können nicht gänzlich entfernt werden. Zersetzen sich nach 20 Jahren in kleinste Teile. Diese Mikroplastik gelangt in die Nahrungskette, was niemand wohl wollen kann. Durch Kontrollen der Inhalte der grünen Tonnen will der AVE-Eigenbetrieb des Kreises Paderborn dem Problem mit Nachdruck begegnen. Vor der Abfuhr gehen zwei Mitarbeiter durch die Straßen, prüfen und dokumentieren die Inhaltsstoffe der Tonnen. Mittels Tonnenanhänger in Rot, Gelb oder Grün erhalten die Bürger direkt eine Rückmeldung über ihr Sortierverhalten. Grüne Tonnen, die zu viele Fremdstoffe enthalten, bekommen eine rote Karte und werden vom Entsorgungsfahrzeug nicht entleert. In diesem Falle muss nachsortiert werden oder es kann eine kostenpflichtige Nachlehrung beantragt werden. In Sachen Verzicht auf Plastiktüten kann man derzeitig im Bürgerbüro ökologisch unbedenkliche Papiertüten erhalten. Kostenfrei und problemlos. Noch, Sie werden wohl auch das korrekte Befüllen der grünen Tonne schätzen. Raben, Krähen und Möwen, denen der Umschlagplatz eine zusätzliche Nahrungsquelle ist. Manchmal ist es einem gar nicht so bewusst, welche Folgen für die Natur ein unsachgemäßer Umgang mit dem Müll hat. Wir bleiben beim Thema Natur, diesmal in Verbindung mit Handarbeit und Bibel. Wissen Sie, was ein Quilt ist? Ein Quilt ist ein mehrlagiges Textil, das traditionell aus zwei oder mehr Lagen Stoff oder Fasern besteht. In der Regel werden drei Lagen inklusive einem Füllmaterial verwendet. Der Pfarrgemeinderat der St. Marienkirche in Salzkotten konnte in einer Ausstellung 39 Exponate in der Kilt-Methode zeigen. Auf allen Stoffbildern waren Pflanzen zu sehen, die einen Bezug zur Bibel und ihren Texten haben. Ernst Köchling hat sich für uns diese Ausstellung angesehen. Die Pfarrgemeinde St. Marien ist stolz, jetzt eine ungewöhnliche Ausstellung in ihrer St. Marienkirche präsentieren zu können. Heilend, beliebend und näherend sind sie, die hier ausgestellten 39 Exponate mit ihren Motiven, den Pflanzen aus der Bibel. Hergestellt wurden diese Kunstwerke mit der Quilter-Methode. Eine Arbeitsweise, bei der ein Textil aus zwei oder mehr Lagen Stoff oder Fasern inklusive einem Füllmaterial verwandt wird. Dabei rufen die Nähte auf der Oberfläche die gewünschten Muster hervor. Für Mechthild Scherf aus der Pfarrgemeinde ein Anlass zur Freude. Ja, wir sind hier bei uns in der Marienkirche und wir haben die große Freude vom Pfarrgemeinderat aus, in diesem Jahr 40 Quilz auszustellen, die Frauen aus dem Lippetal und aus dem Münsterraum erstellt haben zum Thema Pflanzen der Bibel. Ja, Pflanzen der Bibel, das ist so vielfältig. Ich stehe gerade vor dem Quilt, der die Bibelstelle zeigt, die Arche Noah und die Taube, die mit dem Olivenzweig kommt. Man sieht die verschiedenen Techniken, man sieht, wie viel Mühe die Frauen sich gemacht haben, eben genau so ein Thema, was sie per Los bekommen haben, darzustellen und zu nähen. Wenn ich mich hier umschaue mit den 40 Quilz, die wir hier haben, dann ist das so ein umfangreiches Repertoire, was wir haben, mit Bibelstellen aus dem Alten Testament, Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Manche Quilz zeigen ganz explizit die Situation zur biblischen Zeit, wenn ich mir da hinten den Flachs anschaue oder vielleicht auch die Gerste. Und andere wiederum sind auch sozialkritisch und gehen auch auf Probleme von heute ein, was mich besonders stark freut, dass das überhaupt möglich ist. Ja, wir zeigen diese wunderschöne Ausstellung noch bis zum Sonntag, 27.08. Dann um 17 Uhr ist die Finissage und wir beenden das Ganze noch mit einem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Stiegelmann, der etwas zu unserem Altar sagt. Wir sind ja schließlich auch eine Rikuskirche und im Rikusjahr sollte auch das nicht zu kurz kommen. Wir sind ja schließlich auch eine Rikuskirche und im Rikuskirche und im Rikuskirche. Wir sind ja schließlich auch eine Rikuskirche und im Rikuskirche und im Rikuskirche. Eine tolle Ausstellung, diese Kilte, die durch ihre besondere Technik und die schönen Farben inspiriert. Farbenfroh bzw. bunt ist es auch in der Stadt Geseke, ganz besonders, wenn dort demonstriert wird. Der Marktplatz wurde zum Treffpunkt für rund 3000 Menschen, die für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie friedlich eintreten und ein Zeichen setzen wollten. Die Ratsparteien der Stadt hatten dazu aufgerufen. Musikalisch trug die Schülerin Mariane zum Gelingen dieser Veranstaltung bei. Ernst Köchling war vor Ort und hat die Stimmen und die Stimmung eingefangen. Eine ganz besondere Atmosphäre verbreitete sich auf dem Marktplatz in Geseke, als Marijama, eine 15-jährige Schülerin mit Migrationshintergrund, mit ihrer Stimme die Menschen in ihren Bann zog. Nach ersten Schätzungen waren es 3000 Menschen, die sich hier zu einer friedlichen Protestbewegung versammelt hatten. Sie waren im Aufruf der Geseke-Ratsparteien gefolgt, um für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie einzutreten. Das Motto Geseke bleibt bunt. Wir wollen ein Zeichen setzen. Wir wollen ein Zeichen setzen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wir alle fühlen, dass sie gerade bedroht ist, zumindest bedrohter, als die meisten von uns das in ihrem Leben erlebt haben. Wir sehen, dass Populisten sich umtun. Wir sehen, dass auch die Demokratien auf unserem Kontinent, die Demokratien in der Welt unter Druck sind. Remco van der Velden, der Bürgermeister in Geseke, sieht aktuell die Demokratie durch populistische Rechtsparteien bedroht. Die Populisten haben es mit der Wahrheit nicht so. Es wird nicht unbedingt gelogen, gibt es auch. Ich glaube, ein wohlinformiertes Volk in Großbritannien hätte den Brexit so nicht gewählt. Und den Leuten ist auch inzwischen klar, dass sie Populisten auf den Leim gegangen sind. Aber auch bei uns im Land sehen wir, wie in Wahrheit gebogen wird, wie geschickt Eindrücke vermittelt werden mit Bildern, mit Zahlen, mit plakativen Aussagen, sodass Leute, die sich nicht informieren, missleitet werden in eine Richtung, die wir alle nicht wollen. Hunderte von Protestschildern sprachen für die Kreativität der Demonstranten. Diese junge Demonstrantin, sie hatte fast eine Stunde ihr selbstgestaltetes Protestbanner hochgehalten. Das war die Kreativität der Kreativität der Kreativität der Kreativität. Das war die Kreativität der Kreativität der Kreativität. Ulrich Ledwinker, Schulleiter des Gymnasiums Antonianum, wies besonders auf die Kultur einer gut funktionierenden Demokratie hin. Demokratie bedeutet Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, politischer Wettbewerb und Konsensbildung durch Kompromisse. Nicht Ende der Debatte und durchregieren. Demokratie ist anstrengend. Sie verlangt Differenzierungsvermögen und Streitkultur. Das hat 75 Jahre lang funktioniert und war ein Erfolgsrezept. Lassen Sie mich enden mit einem Zitat von Ivo Perl. Hass ist kein Weg, vorwärts. Wir sind alle auf der gleichen Reise, nur auf unterschiedlichen Wegen. Wir müssen uns tolerieren. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann, dass wir endlich verstehen, dass es kein Problem ist, anders zu sein. Es geht darum, das Anderssein zu akzeptieren. In diesem Sinne lassen Sie uns diese Zusammenkunft als Akt der Solidarität sehen. Solidarität mit unserem freiheitlichen Rechtsstaat, den wir als Bürgerinnen und Bürger mittragen wollen und der uns allen gleichermaßen Schutz- und Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Lassen Sie uns bunt bleiben, in den unterschiedlichsten und in verschiedensten Farben schillern. Lassen Sie uns die dafür nötige Basis, die demokratische Freiheit gemeinsam sichern, um gewaltfrei und in Würde und Frieden weiterhin miteinander zu leben. Dankeschön. Christina Zimsen, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde mit einem Plädoyer für eine bunte Gesellschaft. Wie er ist, in aller Verschiedenheit, egal welche Nationalität er in sich trägt, welche Herkunft oder auch welche sexuelle Ausrichtung ein Mensch hat. Bunsein heißt, wir sind miteinander Geseker Bürgerinnen und Bürger. Und wir übernehmen Verantwortung füreinander. Wir sehen, wo Not ist, wo dringend Handlungsbedarf ist. So zum Beispiel heute hier zu stehen und Flagge zu zeigen, ein Zeichen zu setzen gegen diese Menschen, die andere ausgrenzen und aus unserem Land schicken wollen. Deine Name ist, woiamente. Kirsten Jons Stucke, Museumsleiterin des Museums Wiedelsburg, erteilt den Ewiggestrien, die es noch heute auf die Wiedelsburg zieht, eine klare Absage. Wir wollen verhindern, dass Rechtsextreme diesen Ort besetzen und für ihre Gesinnung missbrauchen. Das ansehende Opfer muss an diesem Ort geschützt werden. Wir arbeiten aktiv in der Gedenkstätte mit unseren Besucherinnen und Besuchern an der Aufarbeitung der Vergangenheit. Sie sollen verstehen, warum es wichtig ist, sich gegen Ausgrenzung und Rassismus und für die Demokratie einzusetzen. Denn Demokratie und Toleranz sind nicht selbstverständlich. Das wird uns mit einem Blick in die Vergangenheit bewusst. Die Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern sie muss immer wieder erstritten werden. In diesen Tagen wird immer wieder aus einer Rede von Erich Kästner aus dem Jahr 1958, 25 Jahre nach der Bücherverbrennung, zitiert. Ich habe gerade auch schon ein Plakat davon gesehen, das dieses Zitat aufgreift. Er sagte, die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Die Lawine ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Liebe Anwesende, daher mein Appell an uns alle. Lassen Sie uns gemeinsam den rollenden Schneeball stoppen, ehe es zu spät ist. Denn in der Lawine hält sonst keiner mehr auf. Dankeschön. Geseke hat heute den Rechtspopulisten eine klare Absage erteilt. Nicht die AfD ist das Volk. Das Volk stand heute hier in Geseke auf dem Marktplatz. Ja, die Demokratie in unserem Land ist ein hohes Gut und nicht selbstverständlich. Auch in unserem nächsten Bericht geht es um diese Demokratie. Dr. Carsten Lindemann stellte das neue CDU-Grundsatzprogramm bei einem Besuch in Salzkotten vor. Dabei zeigte er sich souverän und energiegeladen in seinem Vortrag und stellte sich auch den Fragen aus dem Publikum. Und natürlich stand der gebürtige Paderborner und jetzige Generalsekretär auch meinem Kollegen Ernst Köchling Rede und Antwort. Gruß die Anzahl derer, die den Weg in das Gewerbegebiet Bergler in Salzkotten gefunden hatten. Hier in einer Leergräuten-Werkhalle der Firma Rump Strahlanlagen sollte heute ein politisch bedeutsames Ereignis stattfinden. Mit Carsten Lindemann, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU, gleichzeitig auch deren Generalsekretär, hatte sich ein hochkarätiger Bundespolitiker angekündigt. Hausherrin Helga Rump Adriano konnte neben vielen Gästen dann auch den Protagonisten des Tages Carsten Lindemann begrüßen. Und drinnen war es Corinna Rotte, die CDU-Kreisvorsitzende, die den hohen Besuch, der heute aus Berlin angereist war, ankündigte. Die Aufgabe des CDU-Generalsekretärs hier und heute, erstmalig das neue Grundsatzprogramm seiner Partei vorzustellen. Eine Aufgabe, die der energiegeladene Politiker souverän und überzeugend absolvierte. Dieses neue, mit mehr als 70 Seiten umfassende Grundsatzprogramm, es soll nach dem Willen seiner Verfasser ein Meilenstein auf dem Weg zur inhaltlichen Erneuerung der CDU sein. Es sind Fehler in der Vergangenheit gemacht worden und dazu wollte man sich auch bekennen. In einer Demokratie gibt es kein Schwarz oder Weiß, da gibt es Grautöner. Und wir als CDU, wir haben Anstand. Wir gehen vernünftig miteinander um und auch mit diesen 16 Jahren sind Fehler gemacht worden. Vor allen Dingen zwei. In der Energiepolitik haben wir uns aus der Kernkraft verabschiedet. Nord Stream 2 fokussiert. Und wir hatten gleichzeitig keinen Plan, wie wir uns einigermaßen autark mit Energie versorgen. Diesen Fehler muss man zugeben. Da muss man zustehen. Und da muss man den korrigieren. Und das machen wir jetzt im Grundsatzprogramm. Der zweite Punkt. Migration. Ein Staat muss Grenzen sichern. Wenn ein Staat Grenzen nicht mehr sichern kann, ist es kein Staat mehr. Es gibt eine Staatsgewalt. Es gibt ein Staatsvolk. Und es gibt Staatsgrenzen. Das ist eine ganz einfache Definition. Und wenn Sie Grenzen nicht sichern, haben Sie ein Problem. Und dass wir das nicht klar 2015 auch nicht nur gesagt haben, sondern gemacht hätten, war ein Fehler. Wir haben unsere nationale Grenze nie aufgehoben, sondern sie verschoben an die Schenkenaußengrenzen. Wenn die nicht gesichert werden kann, müssen wir an unseren Grenzen sichern. So leid es mir tut. Das machen wir übrigens seit einigen Monaten auf Druck. Auf Druck der CDU. Jetzt gibt es seit Oktober Grenzkontrollen zwischen Tschechien und Deutschland, Polen und Deutschland. Und siehe da, innerhalb von vier Wochen, über 11.000 illegale Grenzübertritte, über 800 Haftbefehle in vier Wochen. Da muss man einfach ehrlich sein, die CDU muss diesen Fehler korrigieren. Im Blickpunkt auch die Kritik an den Entscheidungen der Ampelregierung. Bei der Ampel ist es so, dass die Menschen, die ein Haus gebaut haben, von heute auf morgen erfahren haben, dass die KfW-Gebäudesanierungsförderung gestoppt wird. In den letzten Wochen haben sich 62.000 Menschen in Deutschland ein E-Auto gekauft. Ein Elektroauto. Weil sie wussten, die kriegen 4.500 Euro vom Staat hin zu. Von heute auf morgen wurde das gestoppt. Oder nehmen Sie die Landwirte. Das ist ja irre, das muss man sich mal vorstellen. Da sitzen drei Leute im Kanzleramt. Herr Habeck, Herr Lindner und Herr Scholz. Von heute auf morgen sagen die, das grüne Nummernschild fällt weg. Bei Magra Diesel gehen wir an die Steuerwand. Und am nächsten Morgen sagt der Landwirtschaftsminister, der dafür zuständig ist, ich habe damit nichts zu tun. Ich mache da nicht mit. 3,3 Millionen Menschen arbeiten Vollzeit, sagen, ich habe keinen Bock auf eine Stunde mehr Arbeit, weil 50, 60 Prozent an Beiträgen und Steuern weg sind. Da mache ich lieber einen Minijob für 450 oder 520 Euro. Was ist das denn für ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn? Überlegen Sie mal, was wir an Produktivität verlieren. Wir haben jedes Jahr hunderttausende von Menschen, die jetzt als Baby-Boomer in die Rente gehen. Mit 66. Gesetzliches Rentenalter. Ganz normal gehen wir in die Rente. In Deutschland ist es normal, von 100 auf 0 zu gehen. Wenn, macht man noch einen 450 oder 520 Euro schon. Totaler Quatsch. Was schmeißen wir denn da weg an Expertise? Leute, 66-Jähriger, der ist topfit. Warum hört der auf zu arbeiten? Warum? Warum kann man nicht sagen, du kannst aufhören zu arbeiten, aber wir führen eine Aktivrente ein, Wenn du weiter arbeitest, 2000 Euro im Monat steuerfrei. Sind im Jahr 24.000. Dann probieren wir das mal zwei Jahre aus. Mehr will ich gar nicht. Zwei Jahre ausprobieren. Was glauben Sie, was in Deutschland los ist? Der Staat freut sich über zusätzliche Steuereinnahmen, die Arbeitgeber über eine zusätzliche Fachkraft und die Arbeitnehmer über mehr Netto in Brutto. Einfach mal machen. Zum Abschluss dann Fragen aus der Mitte der Zuhörer. Ich habe eine Frage zur Ausbildung. Ich war Berufsschullehrer und wir haben hier in Deutschland die Inklusion. Und nach zehn Jahren Schule sind die Schüler, die nach 16 Jahren zur Schule kommen, nicht in der Lage, eine Lehre zu machen. Sie können keinen Bericht schreiben, sie können keinen Dreisatz, sie können die Grundrechenarten nicht. Aber die Frage ist einfach, ob wir in der Grundschule, wo wir jetzt anfangen mit Digitalisierung, ob wir das nicht mal einfach mal weglassen, und dafür sorgen, dass nicht wie heute 25 Prozent derjenigen, die die Grundschule verlassen, nicht richtig Rechnungen schreiben und lesen können, sondern dass wir uns ausschließlich auf diese Grundfertigkeiten mal konzentrieren. Welchen Stellenwert hat die Gesundheitsversorgung im Grundsatzprogramm? Es ist einfach so, wir werden zwei Dinge beachten müssen in der Gesundheitsversorgung. Erstens, dass es nicht so weitergeht wie im Moment. Dieses Land gibt jeden Tag mehr als eine Milliarde Euro aus für Gesundheit. Jeden Tag mehr als eine Milliarde Euro. So, und wenn wir in der Eigenverantwortung deutlich das Wort reden, dass es mehr auf Eigenverantwortung ankommt, dann müssen wir es nicht schaffen. Wenn wir gleichzeitig versuchen, auf der einen Seite eine Konzentration auf Krankenhäuser, die bestimmte Behandlung machen, und nicht alle Krankenhäuser alles machen. Reinhard Schollmeier, Jahrgang 35, Respekt, Italiener. Respekt. In den neuen Bundesländern stehen Wahlen. Ja. Hat die CDU einen Plan B, wenn sie keine Mehrheiten zusammenbringt? Also ich bleibe bei der Überzeugung, dass wir nie Fokusgruppen machen, sondern bei unseren Werten bleiben und einfach unsere Politik machen. Erster Punkt. Übrigens, Boris Rhein hat das gemacht, ein toller Ministerpräsident aus Hessen. Und die CDU, man muss es leider sagen, neben der AfD, hatte den größten Anteil bei den 16- bis 18-jährigen Wählern. Deswegen dürfen wir nicht taktisch jetzt überlegen, was müssen wir jetzt fordern, nur um da, wenn sie verlieren. Die Menschen haben ein schönes Gespür dafür, ob Politik etwas aus taktischen Gründen macht oder aus Überzeugungsgründen. Am Ende fiel Applaus und Blumen für die Paderborner Bundestagsabgeordneten und ein Interview für das Jahrzeit TV. Dr. Carsten Linnemann, der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU und der Generalsekretär. Herr Linnemann, Sie haben hier heute einen tollen Vortrag gehalten, aber sagen Sie mal, wenn man sich so in Berlin umschaut, eine total zerstrittene Regierung und eine Opposition, die CDU, die immer noch an ihrem Grundsatz herum doktert, da kann man doch sagen, die ticken doch nicht ganz richtig, oder? Wäre die Opposition oder die Regierung? War die Frage an Sie? Nein, ich meine, es wäre schön, wenn es witzig wäre, aber mittlerweile haben die ja die schlechtesten Werte seit Aufzeichnung von Beliebtheitswerten für eine Regierung. und das ist ja nicht mehr witzig und deshalb, glaube ich, kommt uns eine besondere Aufgabe zu und auch Verantwortung zu und deswegen müssen wir uns jetzt gut vorbereiten. Wenn wir wieder regieren wollen, müssen wir richtig gut vorbereitet sein, damit wir auch das Vertrauen der Menschen wieder zurückholen. Herr Linnemann, mit meiner Bemerkung, die ticken doch nicht ganz richtig, wollte ich Ihnen einen kleinen Werbeeinstieg ermöglichen in Ihr lesenswertes Buch mit dem Titel Die ticken doch nicht mehr ganz richtig. Ich habe das Buch gelesen und Sie machen eine Menge guter Verbesserungsvorschläge, die auch sicherlich breite Zustimmung im Volk finden würden. Mir allein fehlt es an dem Glauben, dass das umgesetzt wird. Genau, das ist, glaube ich, eines der Knackpunkte, Herr Köchling, die Sie ansprechen, dass die Menschen das Gefühl haben, die Politik redet immer nur und quasselt und setzt es nicht um und macht nicht. Und das müssen wir einfach beweisen und wir müssen das Vertrauen so weit aufbauen, dass die Menschen uns auch vertrauen, dass, wenn wir mit zehn Punkten in den Wahlkampf gehen, dass wir dann auch am Ende sieben oder acht Punkte umsetzen. Und das ist eines der zentralsten Punkte. Die Menschen haben das Gefühl, wir leben in einer anderen Welt. Wir reden nur und machen nicht. Wir müssen einfach ins Machen kommen und deswegen haben Sie völlig recht, wir müssen auch beweisen, dass wir es auch umsetzen. Da passt vielleicht ein salzkotener Thema ganz gut hinzu. Seit mehr als zwei Jahren ist man schon mit der Ortsumgehung beschäftigt. Mitten durch Salzkotten führt die längste Bundesstraße Deutschlands mitten durch die City. Das ist für die Bewohner alles andere als angenehm. Generell für Salzkotten keine angenehme Situation. Aber es tut sich ja nichts. Die Politik, die scheint das zu verschlafen. Sie sind Bundestagsabgeordnete. Das ist eine Bundesstraße. Wie beschäftigen Sie sich damit? Das ist ja kein Thema seit zwei Jahren. Das Thema läuft ja irgendwie schon seit Jahrzehnten in Salzkotten. Und trotzdem ist es so, dass man ganz schön weit ist im Verhältnis von vor zehn Jahren oder 20 Jahren. Und der Uli Berger macht das gut und das Ganze geht nur mit den Bürgern, nicht gegen sie. Und natürlich haben wir jetzt eine Ampelregierung, die muss das auch wollen. Aber ich setze mich für meinen Wahlkreis ein. In Bad Wünnberg hat es geklappt, dort mit dem Lückenschluss, der gebaut wurde. Da habe ich es auch umgesetzt. In Bennausen hat es geklappt. Dort wird es jetzt umgesetzt. Da mit der Schranke die Problematik, die gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten. Und das letzte größere Thema, es gibt viele kleine, aber das letzte größere Thema ist Salzkotten. Und da setze ich mich für ein. Aber ich mache hier keine Versprechung, sondern die Leute wollen, dass wir offen und ehrlich damit umgehen. Und ganz enger Draht mit Uli Berger. Und wir arbeiten weiter an dem Thema. Wir müssen noch mehr die Schluss machen. Hier steht noch eine ganze Schlange von Menschen, die noch mit Ihnen heute sprechen wollen. Abschließend eine Frage. Sind der Vizepräsident des SC Paderborn, der hat morgen ein Heimspiel gegen Fürth. Ich brauche Ihren Tipp. Ich bin ja ehrenamtlich dort unterwegs, weil ich ja lange auch selber Fußball gespielt habe. Habe auch einen Trainerschein, habe die Jugend lange. Sie laufen. Jugend, genau. Ich will jetzt nicht hier irgendwie angeben oder so, aber ich wollte nur sagen, es gibt auch einen Bezug zum Fußball. Nein, ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen. Die letzten Spiele vor der Winterpause waren ja richtig gut und deswegen ist morgen das Spiel gegen Fürth ganz, ganz wichtig. Wenn wir da Anschluss finden, wo wir aufgehört haben, können wir vielleicht nach oben schauen und nicht nach unten in der Tabelle. Ich sage es euch mal, Tipp 1-0, 5-0. Das Hinspiel gegen Würth in Fürth, 5-0 verloren. Ja, genau. 2-1 für Paderborn. Okay, danke. Alles Gute. Vielen Dank. Danke auch. Schön. Und Fußball tippen kann er auch. Ein echter Allrounder. Auch wir versuchen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, immer möglichst umfangreich zu informieren. Ich hoffe, Ihnen hat es auch diesmal wieder gefallen, denn wir sind am Ende der Sendung. Schnell noch die Informationen, dass Sie unsere Berichte im Internet unter selzer.tv und unsere Magazinsendungen unter nrvision.de anschauen können, wann immer Sie Zeit haben. Für heute bedanke ich mich für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Tschüss und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017